Wie gut bist du darin, Changes, Akkordfolgen, Progressione oder Kadenzen rauszuhören? Lass uns den Test machen, ich spiele dir jetzt nämlich mal eine Akkordfolge vor und du sollst rausfinden, was es für eine ist. Drop mir gerne deine Ergebnisse in den Kommentaren. Die Lösung findest du aber auch in der Videobeschreibung. Viel Erfolg! Wenn du frei und überzeugender musizieren möchtest, dann folg mir und bis zum nächsten Video. Peace!